hallo zusammen herzlich willkommen zu einem neuen auspack video gestern hatte ich geburtstag und ich habe gestern auch was für schreibzeug bekommen und zwar zwei neue stockpaare von einer firma die ich noch nie gespielt habe und auch von sticks die ich so noch nie gespielt habe und zwar haben wir hier einmal die firma rohema und von dieser firma habe ich hier die lake red 5a und hier habe ich die 5a speed sticks ich freue mich jetzt unheimlich diese sticks für euch auszupacken los geht es so als erstes packe ich mal den normalen 5a in der lake red version mal hier aus ich tue mal das papier hier also die verpackung abziehen und hier sehen wir nun die 5a sticks wir haben auch hier diese schrift also hier rohema american hickory made in germany lake red 5a und ja es sind halt ziemlich normale 5a sticks wie man sie halt von jedem hersteller so kennt aber ich muss sagen der erste eindruck ist schon mal nicht schlecht und ja dazu wird es noch ein spezielles review geben zu guter letzt habe ich für euch aus hier die rohema 5a speed sticks und ja sie haben eine besondere eigenschaft die man hier wunderbar sieht hier diese verjüngung und dazu wird es auch noch ein ausführliches review geben denn dazu gibt es einiges zu sagen und ja meine eigene meinung also und ja das sind also diese 5a speed sticks ich hoffe euch hat dieses video gefallen und wenn euch dieses video gefallen hat dann lasst mir einen kommentar da dann lasst mir ein abo da dann lasst mir einen kommentar was auch immer da auf jeden fall ich bedanke mich fürs anschauen fürs abonnieren und so weiter und so fort und wir sehen uns dann im nächsten video wieder ciao